Welchen steirischen Landesliga-Verein trainierte Christian Ilze in der Saison 2012-13? Das wirst du jetzt sicherlich nicht wissen. Ich weiß es nicht. Ich glaube, das war Weiz. Bravo, erster Punkt. Soll ich die nächste lösen? In welchem Jahr führte Diego Maradona Argentinien zum Weltmeistertitel? Boah, wir haben doch jetzt diese Doku geschaut. 94 war in Amerika, oder sonst? 86, 1 von Tesla, glaube ich. 90. Ist das viel? 90 oder 86? 90. 90? 86. Grégory Büffi! Soll! Ihr habt in der Schweizer Liga ein Spiel gegeneinander gespielt, wo ihr beide in der Startelfahrt. Wer hat in diesem Spiel getroffen? Du. Ja. Ja. Du hast nie ein Tor geschossen gemerkt. Das ist eine für euch Information. Eigentor. Ja, aber das ist ja das. Das zählt jetzt nicht. Ich sicher. Du hast da Eigentor geschossen? Ja. Gegen Luzern oder? Ja, auswärts bei euch. Und ich habe 1-0 gewonnen, glaube ich, mit Luzern. 2-1. 2-1. 3-1. 3-1. 3-1. Dann ist es nicht so schlimm, dass ein Tor ist. Okay. Wie viele Punkte mehr als der KK hatte der SK-Bundegangsturm Graz in der ewigen Tabelle der Bundesliga? Das ist für dich die Frage. 10, über 100, knapp 1.000. Es gibt drei Möglichkeiten. Ja, hier ist der KK. In der ewigen Tabelle? Ja. 1.000 nicht, ja. 100. Ich sage über 100, ja. 1.000. Was? So viel? Ich meine, die sind schon lange weg. Bist du auch schon. Wem gab Sinedine Zidane im Wendland 2006 einen Kopfstoß? Materazzi. Ja. Unter welchem Trainer feierte Cristiano Ronaldo sein Premier League-Debüt? Verwiesen. Für wen wurde Steffen Hierländer bei seinem Debüt in der A-Nationalmannschaft eingewechselt? Drei Möglichkeiten wieder, gell? War das gegen Brasilien? Drei Möglichkeiten. Alaba, Anatovic oder Dragovic? Ich glaube, es war einer von den ersten zwei. Alaba oder Anatovic. Stürmer raus herein, ich weiß nicht. Oder Alaba, ähnliche Position. Ich weiß nicht, ob er zentral ist. 50-50. Raten wir. Vielleicht können wir ihn anrufen. Telefonjoker? Ruf Zonenhirle. Ah, ich weiß nicht. Ich weiß, dass die kommen in A-Nationalmannschaft. Wirklich. Was ist das? Ein, zwei, drei. Anatovic. Richtig. Schiedsrichter hat mit 240 die meisten Einsätze in der Bundesliga. Robert Schirgenhofer, Fritz Stuchlik, Oliver Drachter. Kaum. Da würde ich jetzt sagen... Da würde ich jetzt sagen... Da würde ich jetzt sagen... Fritz Stuchlik. Richtig. Ein bisschen Maschine. Zählt acht der zehn Mannschaften der Schweizer Super League auf? Wenn du alle zehn aufstehst, dann kriegen wir 38 Sekunden. Okay. Youngboys, Basel, Sion, St. Cairn, Luzern, Zürich, Lugano. Von der aktuellen Saison? Vaduz. Und einen haben wir noch. Wer ist noch oben? Lausanne. Na, Servet. Aber Lausanne ist auch dabei. Ja, wie viele sind da? Zehn Mannschaften? Ja. Bravo. Fünf, oder? Naja, und da... Letzten haben wir mehr gezeigt, dass wir 38 Sekunden sind. Richtig? Perfekt. 38. Das nehmen wir. Bravo. Sechs Fragen richtig. Ja, ist okay. Okay. Du suchst du. Arbeit. Jetzt. Wo? Handtuch krieg ich. Handtuch, oder? Handtuch, Handtuch, Handtuch. Und? Ah, ja? Das hier, ist es das? Ja, ja, raus, raus, raus. Okay, nächste. Autofahne. Autofahne. Das ist hier hier unten. Ist das die hier? Warte, ich hab da Fahne nicht, Greg. Was? Fahne, aber ich weiß nicht, was die Fahne ist. Ich hab da Fahne, komm. Wir nehmen die hier. Ist die... Passt, oder? Zeig her, zeig her. Jawohl. Oder? Die passt. Let's go. Die passt. Mach rein bei dir, kannst reinmachen. Ah, ja, stimmt. Schneekugel. Ich hab die gesehen, mit dem Urtum drin, du. Ich hab die gesehen. Die hier, ja? Ja, ja. Perfekt, du renn in die Tasche. Kennzeichenhalterung. Kennzeichenhalterung. Was? Kennzeichen? Ja, das ist nochmal ein Schild. Uff, Mann. Sicher auch ihr bei diesen Sachen. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Regi, komm. Komm, komm. Was ist das nächste? Warte, ich muss schauen. Schnaps... Schnapsglas. Da gibt's ja Schnapsglas für Sturmkratze. Das passt nicht gut zu mir. Geht ein normales Glas? Ja. Aus? Na, Schnapsglas? Ja. Na, das ist normal so. Na, das ist richtig. Ist das? Ich weiß es nicht. Das hat keine Frage. Ja, das passt. Das ist das, oder? Nicht? Das muss hier sein. Bierglas Schnapsglas. Sonst machen wir weiter. Ist wurscht. Okay, weiter. Tasche, Arbeiter... Arbeiterverein. Tasche, Tasche. Regi. Gehen wir rauf? Komm, jetzt ist schon noch. Warte, warte kurz. Komm mal. Ja, ja, ja. Was hast du noch? Oder? Warte, das Schnapsglas. Das Schnapsglas, nein? Nein. Wie lange haben wir noch? Was wäre noch gewesen? Wo ist das Glas? Wie viel? Der Schnapsglas noch nicht. Was? Na ja, wo ist das? Na ja. Erzählt nicht. Er ist im Lager! Er ist im Lager! Er ist im Lager! Er hat immer noch mit 30 Sekunden. Ja, das... Das muss hoch sein. 30 Sekunden? Na, das geht gar nicht. Aber... Was ist wichtig? Warte, ich tu das mal. Warte, ich tu das mal. Das haben wir. Also Schnapsglas... Schnapsglas im Lager. Können wir im Lager dann später holen. Warte, wie viel kriegen wir noch 30 Sekunden? Einmal in 19 Sekunden. Einmal in 19 Sekunden. Einmal in 19 Sekunden? Warte, warte. Warte, wir müssen überlegen. Das ist ja noch so. Ja. Dann nehmen wir einen Corona-Schal. Schal und Dings. Okay. Die drei schaffen wir. Schal, Tasche und Shirt. Shirt, Shirt. Shirt, Shirt. Hier sind alles Shirts. Na, jawohl. Ja, vom Long in. Das ist... Aber das ist ja irgendwo... Wie sieht das Shirt aus? Da, mit dem Fahrrad. Mit Fahrrad? Mit dem Fahrrad. Mit dem Fahrrad. Das ist das. Ha? Das ist... Ich glaube es ist das. Aber ich bin mir sicher. Ich nehme das mit. Hey, hey, hey. Hey. Mit langen 19 Sekunden. Reggie. Oh. Oh. Oh, aber ich finde... Gut.